Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Wir haben jetzt gerade gesehen, wie ein Design entsteht, das den Bettwäsch von Gop in eine bunte Traumlandschaft verwandelt. Frau Meier ist Designerin. Frau Meier, wir können jetzt fast sagen, dass Sie mit Ihrer Kunst uns den Drittel des Lebens verschönern, die wir im Bett verbringen. Wenn Sie so wollen. Aber ich betrachte mich eigentlich nicht als Künstlerin. Das Entwerfen von Textildessins ist eher ein schönes Handwerk. Aber ganz sicher braucht es auch viel Fantasie dazu und ganz sicher auch ein gestalterisches Talent, oder? Das sicher. Aber ebenso wichtig sind umfassende Kenntnisse von den verschiedenen Textilien und den möglichen Drucktechniken. Und man muss auch immer die Augen und die Ohren offen haben für die kommenden Modetrends. Danke schön, Frau Meier. Die traumhafte Bettwäsche finden Sie jetzt in Ihrem Coop-Center und im Coop-Warenhaus zu traumhaften Preisen. Zum Beispiel diese Bettgarnitur. Sie besteht aus zwei Pfulmen und einem Deckeanzug. Und sie ist in Dubelfass ausgeführt. Das heisst also, auf jeder Seite ist ein anderes Dessin. So hat man gerade zwei Garnituren in einem. Falls Sie jetzt lieber nordisch schlafen möchten, auch hier hat die Coop eine grosse Auswahl an originellen, Duvet und Pfulmenanzüge. Dazu die Fixlin-Tücher sind sehr praktisch und aus ganz weichem Frotte-Stretch. Es gibt sie in diversen Farben. Mit diesen praktischen Fixlin-Tüchern ist auch in Nub gebetet. Dank dieser neuen Form sind sie auch tadellos, straff und faltenfrei. Flauschig und weich ist die Frottierwäsche von Coop, die Sie jetzt zu besonders günstigen Garnituren zusammenstellen können. Die Wäschlappen, Frottiertücher und Badetücher sind in einer besonders saugfähigen Qualität. Und zwar, weil sie auf beiden Seiten ein ganz dichtes Schlingengewebe haben. Diese Grafik zeigt es Ihnen. Von diesen Schlingen hat es etwa 500'000 auf einem einzigen Quadratmeter. Und dass die Qualität nicht teuer sein muss, davor können Sie sich überzeugen, und zwar in Ihrem Coop-Center oder Coop-Warenhaus. Bei Coop gibt es aber auch die besten Produkte für die Pflege Ihrer wertvollen Wäsche. Das MAGA und das OMO-Vollwäschmittel sind ideal für Buntwäsche, weil sie schon bei tiefen Temperaturen einwandfrei sauber waschen. Und darum bleiben die Farben leuchtend frisch. Das Volana und das Super-Korall pflegen Wulle, Seiden und alle feinen Gewebe besonders schonend. Das Enka entfleckt und desinfiziert. Und zur Vorbehandlung von stark verschmutzten Ränder oder fetthaltigen Flecken empfehlen wir das Esvacol. Und das Calgon macht das Wasser weich und verhindert schädliche Kalkablagerungen, auch in Ihrer Wäschmaschine. Bei der Auswahl von Ihrem Ferienziel und bei der Verwirklichung von Ihren Ferienräumen hilft Ihnen die Popularis Ferien- und Reisepalette 1984, die in diesen Tagen erschienen ist. Auf 48 grossformatigen Seiten können Sie sich informieren über die schönsten Ferienangebote für den nächsten Frühling und Sommer. Bestellen Sie sich den neuen Popularis-Katalog mit dem Gucci aus der Coop-Zeitung dieser Woche. Und dann können Sie sich selber überzeugen vom Preis und von der Leistung der Popularis-Angebote. Jetzt schalten wir noch um in die Studiaküche zum Coop-Rezept dieser Woche. Heute möchte ich Ihnen eines von unzähligen Eierrezepten zeigen. Verlorene Eier auf Blattspinat. Pro Person zwei Eier einzeln in einer Tasse aufschlagen. Die vorsichtig in Kochungs-Salzwasser mit Essig geleiten lassen. Nach drei bis vier Minuten rausnehmen und in Salzwasser legen. Hier haben wir in Anken eine gehackte Zwiebeln gedämpft, den Spinat dazu gegeben und schön heiß werden lassen. Wir salzen ein wenig und geben noch etwas Knoblauchpulver dazu. Aus Anken, Mehl, Tomatenpuree und Bouillon haben wir hier eine Sauce vorbereitet. Der Blattspinat auf eine vorgewärmte Platte anrichten. Die Eier drauf geben, mit Sauce nappieren und zum Schluss mit ein paar Champignons dekorieren. Mich geben dazu Salzherrtöffel. Sie wissen es ja, das Rezept steht in der Coop-Zeitung. Einen guten. So, das wäre es gewesen. Wir danken für die Aufmerksamkeit und wünschen Ihnen einen schönen Abend. Und was man bei Coop von morgen wieder günstiger einkaufen kann, das zeigen wir Ihnen anschließend. Bis am nächsten Zistag gibt es bei Coop 1 kg Vialone Risotto-Reiss statt 2 Franken nur 1,60 €. 1 kg USA Vitamin-Reiss statt 2,10 € 1,70 €. Tiefgekühlte ausländische Poulet Pfannenfertigung per Kilo statt 4,80 €, jetzt nur 3,80 €. 2 Becher Tamtam Flan, Chocolat, Vanille oder Caramel statt 1 Franken nur 75 €. Reinigungsmittel Wiff statt 3,40 €, jetzt nur 2,60 €. Allzweckreiniger Ajax Ammoniak statt 3,20 € nur 2,30 €. Und noch morgen, übermorgen und am Samstag, Clementine aus Spanien, das Kilo nur 1,50 €. Auf Wiedersehen.